An der Chirurgie schätze ich sehr die vielseitigen Fachgebiete. Sie bieten Spannweite von kleinen Operationen bis hin zu hochkomplexen Eingriffen. So bleibt der Tag spannend und abwechslungsreich. Ich arbeite sehr gerne in einem abwechslungsreichen Tätigkeitsfeld. Es besteht eine spannende Symbiose zwischen den medizinal-technischen Verrichtungen und den pflegerischen Aufgaben. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit stellt ein sehr wichtiges Element meiner Arbeit dar. Der tägliche Austausch steht hier im Vordergrund. Ich habe mich aber nicht nur auf mein eigenes Team verlassen, sondern die ganze Chirurgie steht zusammen. Familie, Arbeit und Freizeit bringe ich prima unter einen Hut, weil ich meine Arbeitspensung meinen individuellen Bedürfnissen anpassen kann. Ich kann auf meine Dienstpläne aktiv Einfluss nehmen. Meine Fortsetzten nehmen Rücksicht auf meine Planungswünsche und zudem kann ich meine Lieblingsschichten wählen. Meine berufliche Laufbahn wird anhand meiner Wünsche und Talente gefördert. So bleibe ich niemals stehen und komme Schritt für Schritt vorwärts. Unser Engagement ist bei einem Patienten nach der Operation rasch sichtbar. Wir sehen Fortschritte und wir freuen uns, wenn der Patient Spital wieder verlassen kann. Deine Wünsche und Bedürfnisse sind uns wichtig. Wir setzen alles daran, um auf dich einzugehen. Bewirt dich jetzt! der Captain Wolfgang 2 4 100